Ja, was haben wir heute? Ja, Ming ist im Eingangsbereich und möchte etwas von Lutunis kaufen. Ein paar Getränke. Ich würde die Finger davon lassen. Hinter uns wird wohl geschossen. Ja, es wird geschossen. Ja, am Artefaktetisch bei Rosa hat sie eine große Art, was getan. Doch, Helo ist jetzt mit dabei. Ja, das ist mit dabei. Susie hat sie eine kleine Uzi gekauft. Susie mit der Uzi. Sie hat nur zwei Credits dafür gegeben. Okay, 200 sagt er. Ja, und Skadi, Nova und Luna sind zu Tisch. Åh! Amen. Eisagant。 Untertitelung des ZDF?